Wird, Let's Dance, schon bald nicht nur exklusiv bei RTL laufen? Disney Plus zeigt die Tanzshow nämlich schon bald. Jedes Jahr aufs Neue ist, Let's Dance, ein Quotengarant für RTL. Die Suche nach dem, Dancing Star, begeistert Millionen Zuschauer SternchenInnen, die ProfitänzerInnen sind inzwischen selbst zu Stars geworden. Doch könnte schon bald Disney Plus dem Privatsender das Format abluxen, wie der Streaming-Dienst bei Twitter mitteilte. Wird man die Tanzshow ab dem 19. September live bei Disney Plus sehen können? Dabei handelt es sich allerdings nicht um die deutsche Ausgabe, die im Regelfall im Frühjahr stattfindet, sondern um die amerikanische Variante, Dancing with the Stars, Der Grund dafür ist recht einfach. In den USA läuft, Dancing with the Stars, bei ABC, und der Fernsehsender gehört zur Walt Disney Company. Wer also nicht genug von tanzenden Stars bekommt, darf sich über Nachschub freuen. Wer jetzt aber Angst hat, dass auch, Let's Dance, zum Streaming-Sender abwandert, dürfte beruhigt sein, es gibt keine Berichte, dass die Rechte an der Marke bei RTL ablaufen, dementsprechend wird die deutsche Version der Show weiterhin im linearen Fernsehen zu sehen sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017